beim kia optima halten mit dem modelljahr 2017 zahlreiche neuerungen einzug zwei dieser updates möchte ich aufgreifen zum einen ist es die gt motorisierung die aus dem 2 liter vierzylinder 245 ps mobilisiert und zum anderen ist es die neue kombi karosse bei kia sports wegen genannt bei kia sports im Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.